Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Hunt Showdown. Diese Runde ging sogar etwas länger, weil wir doch einigen Leuten begegnet sind und das nicht auf einmal, sondern so nach und nach. So, keine weiteren Rieden mehr. Los geht's. Oh, ich brauch Schwarmhunden mit Feufeu. Ja, deswegen hab ich Feuer dabei. Ja genau, aber ich weiß es bloß nicht, wo ich die gehört hab. Ich weiß es nicht. Da hinten. Oh, der hat mir daneben geballert. Sehr schön. Oh, gleich mal lauter machen. Jetzt. Die anderen mit Gift, aber das hab ich nicht. Ich auch nicht. Vielleicht finden wir es irgendwo. Ah, Leichtfüßigkeit ist ja quasi, das Springsound ist noch da, gell? Genau, das ist jetzt neu. Aber das Wolken ist leise. Ja. Und klettern. Stimmt, ich kann ja springen, deswegen. Ah ok, gleich mal weg. Springen kann jeder. Ne, weil ich schon Schattensprung. So, jetzt, jetzt. Ja. Da drinne. Hä, wieso treffe ich den nicht? Da, auch ping. Es sind zwei, ein Redshirt. Ich muss ihn kurz halten. Und einer weiter rechts. Da hinten ist er hingelaufen. Einer ist weiter rechts. Die sind jetzt beide da hinten, glaub ich. Echt? Ne, einer ist doch hier hingelaufen. Ja. Ja, aber der ist, glaub ich, nach rechts gelaufen. Oh, das sind beides Redshirts. Der ist da hinten weggelaufen. Dann wird der Kamerad aber nicht mehr leuchten. Tut er ja nicht. Hab ich den nicht da drin gesehen? Egal. Die werden wir schon wieder sehen irgendwann. Ja, hier ist leise. Ich hüpfe gleich mal in den rein. Ja, das ist aber gefährlich. Tu's nicht. Tu's nicht. Wenn die jetzt doch da sind, aus dem Sinn hier, Jägerpunkte. Hier Spezial, Moni. Hier ist jemand. Oben drum, gell? Hier oben, über mir. Ich schmeiß was rein. Hat getroffen. Schaden gemacht. Hat irgendwann Fallingesetzter. Ja. Hab einen. Der andere ist noch oben. Was? Der ist oben. Müsste. Hier neben mir. Außen. Ja. Brennt. Aua. Ah. Rette mich. Brennt. Letzer. Hat das ein bisschen gedauert. Ja, ich hab keine... Ich bin leer. Ich hab den auch nicht gesehen dann leer. Nee. Ich hab... Ja gut, dadurch, dass er gebrannt hat, hab ich ihn halt wieder noch gesehen in dem Gebüsch drin. Ach, sehr gut. War aber nicht derselbe Skin. Hier ist der zweite. Da muss der rausgehüpft sein oder er lag da. Irgendwie ist da das Giftmoni, dann können wir den gepanz... Anni, der ist ja weg. Der gepanzerte. Gemein. Ja, wo ist der jetzt? Ah, da. Aber Stani, du hast ihn vorher getroffen, gell? Und ich hab ihn nochmal mit der Musin angeschossen und er hat immer noch gelebt. Was? Mhm. Okay, und im anderen hab ich den Lucky Headshot verpasst. Da hinten hab ich aber einen gepanzerten gesehen. Gehört. Echt? Also ich hör hier nur den Eier. Ah ja, das war wohl durch dich, ne? So. Ja, Locked me noch nicht. Das ist kein Panzer, oder? Äh, ich bin fertig. Den brauchst du nicht mehr, ne? Nen. Ja, aber ich brauch schon da einen Schwarmbrunnen oder noch mit Feuer. Davon. Dankeschön. Einfach reingeschossen, oder was? Reingesprungen, sorry. Ah, 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 ah. Ich wusste es nicht. Ah, da oben ist einer. Vogel? Doch, doch, nehm ich jetzt. Oh, ich hab sogar Schlange. Ah, da ist noch eine. Ich hab das auch immer erst verwechselt. Mhm. Ja, ne, weil es zu kurz ist, weil 25... Hey! Was? Was, ey? Ich hab's gerade, ich wollte's gerade schlängeln. So, ja, ist verurscht. Nein. Hier ist der Kassel. So, das ist unter uns. Ja, dann passt's ja. So, gehen wir weiter, oder? Ja, Wagen? Ja, ich komme ja eh vorbei. Ja. Ich weiß, der ist irritiert, weil er hat's bei mir zuerst nicht aktualisiert. Au, vorhin zu seiner. Ja. Hab ich doch, da? Da. Ah, ne, ist ein Band. Ich weiß nicht, wo der ist. Ach, shit. Runtergefallen. Ich hab mal Licht gemacht. Mhm. Aua. Lasst mich in Ruhe. Ich hätt'n Vogel. Mhm. Das war auch Long Ammo. Aber nur der eine Schuss? Hat aber nicht viel Schaden gemacht, war ein Armschuss. Ah, okay. Kann man Vogel schicken, oder? Ich mein, sie sind weitergezogen. Ich weiß es nicht. Ich glaub, das war doch nur einer. Ich glaub, das war nur einer. Ja, wahrscheinlich ein Solo. Wahrscheinlich dasselbe. Ich würd' sagen, wir zirkeln rechts rum. Mhm. Ja, wobei, das ist so weilsam. Ja, geht schon. Hier so rum. Hm? Oh, hier ist jemand. Ja, dann können wir jetzt hier nicht weg. Der Bieter. Quasi. Bruder, das ist der. Ganz schön weit gelaufen. Hä? Wo kam denn das her? Irgendwann von da hinten. Das war näher, glaub ich. Dann gehen wir halt hier jetzt rechts rum. Ich glaub, das ist nicht der gleiche. Das wär schon ein bisschen schnell. Ja, stimmt. Kann auch noch das Team sein. War alle long, ähm, mo. Den Wagen können wir vergessen. Das war relativ nah. Ne, nur ne Waffe. Mann, die sind aber noch drin. Hier ist die Satteltäsch, wusste ich's doch. Ne, wusste ich nicht, aber... Alter, Schuhe. Oh. Hier ist ein Satteltäsch übrigens. Also diesmal wirklich. Ja. Ich schau gleich. Also so ein hängender Sattel, oder? Ja, an so einem Gestüt. Mhm. Wenn das so heißt. Ja. Läuft nach rechts. Ah ja, hat gewechselt. Ist da rechts irgendwo bei Ping? Gibt es da rechts wahrscheinlich noch? Ich geh nochmal zur Satteltäsch. Wobei? Ich starte einen Vogel. Und dann hole ich mir was. Wo setze ich mich rein? Hier setze ich mich rein. Äh. Was denn? Der Boss ist da hinten. Achso. Bin ich dann falsch? Ja. Ja, aber da war jemand. Und hat jemand erschossen. Mhm. So, wo war das denn nochmal hier? Oh ja, die gehen hier raus. Wir sind richtig. Oh, fetterli. Nein, da sind sie. Sehr schön. Ich hatte gerade kurz den Eindruck, dass der Mann läuft. Haben wir getroffen? Vorsicht links, Grund. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Einen getroffen. Einen. Ich seh nix. Ich seh nix. Ja, super. Ich geh mal weiter nach rechts. Ey. Ich seh nix. Rockshaw ist auch. Ich. Achso. Hier ist der Rockshaw. Hier ist der Rockshaw. Ach, hier gleich? Mhm. Na ja, stimmt. Aber jetzt wollen wir erstmal die da. Na, na, jetzt geh halt da raus. Ja, wo sind die jetzt? Hier. Hier, hier so ein bisschen irgendwo. Hat die nen Reiter gelaufen. Irgendwo da ist sie drin. Irgendwo bei der Brücke. Ah, den können wir noch nen Weg abschneiden. Die Leute sind ganz in die Waffe. Ey, sonst sind nie so viele Zombies auf dem Weg. Natürlich nicht. Könnte natürlich heißen, dass hier jemand ist. Oh, die haben aufge... Die haben... Gestoppt. Hm. Hä, wo laufen die hin? Die wollen noch nie... Die laufen tatsächlich durchs Wasser. Oh Gott. Ich schau was. Das ist ein bisschen Selbstmord. Da hinten. Ja. Ah, sie ist nicht gescheit. Was, alter, tot? Ich glaub schon. Hast du dir nicht geheilt oder sowas? Geheilt? Ich bin nicht sicher. Der ist plötzlich verschwunden. Müsste eigentlich. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ich bin aber nicht ganz sicher. Vielleicht hab ich mich auch geirrt. Hä? Ich seh die nicht. Aber die sind schon noch zu links. Ja, ja. Da hab ich sie. ja mann haben die müssen verletzt gewesen sein müssen ziemlich anfängern waren nicht mehr viel muni ja geht so ich check mal clear ich check auch auch sauber komisch so eine fetterli und was noch wo ist denn die pistole keine pistole oder was draußen bin ich ja nö aber die sekunden verbrauchen wichtig so kann es sein dass man keine medkits mehr looted wenn man jemand looted wieso ich hatte zwei habe gelootet habe immer noch zwei was hast du dann bekommen nix geld ja das kann ja nicht sein oder ist es vielleicht ist es vielleicht noch verbuggt weil der mittlerweile ja über die leuchtpistole er nicht mehr über looten kriegst eine leuchtpistole sondern über dinger das ist vielleicht vergessen rauszunehmen dass du es über looten nicht bekommst und deswegen ist der platz theoretisch noch frei weil ich nämlich nicht alle leuchtpistolenpatronen habe dass er mir deswegen dann nix anders gibt ja du musst doch irgendwas bekommen haben oder hat er die leuchtpistolen vollgemacht ne das nicht ok und frei achso ja ich dann checke ich ne 2 in der richtung ich habe nur noch zwei schuss in der langen irgendwo ne dann geh mal zurück zu dem kalt der junge ich habe nämlich auch nicht mehr so viel wir können doch kurz hier aufladen da steht einer hab ihn ok der zweite ist da dahinter moment ich werfe was wolltest du den hier aufladen ja schon aber der zweite dahinter jetzt hat er krass vorsichtig da sind noch bieten keiner mehr keiner mehr keiner mehr war dich schon angeh.. war dich schon angeschautet weil es war kein headshot ah ne der hat anderen ja offensichtlich bei mir aber auch mhm irgendwie alle komisch komisch niedrig hier liegt die hier liegt die oh der hat aber ne schöne fetter die adleaure oder meisterschütze oder das nicht merci hier liegt der mhm jetzt wechseln wir wieder aua keiner alter wie lange die anhalten mhm und drilling nice noch mehr kohle mehr kohle so hier ist jetzt roger irgendwo mhm ich höre sie ich auch oh ich überleg grad ob ich die waffe wechsle aufm bogen der ist doch eigentlich ganz geil gegen sie ist rot übrigens hinten am.. da hinten ist noch einer shit wollen wir das jetzt noch riskieren oder nicht? dann wisse ich auf drilling der wird anspruchsvoller erfährlich sein ich würde sagen wir schauen kurz und dann.. weil ich habe einen vogel übrigens ich habe noch vier sekunden ich check dann gleich die ist übrigens schon im wasser der krokofant nicht da hinlaufen denk ich mir da ist er doch auf der anderen seite vom fluss naja aber es ist ein gutes stück ich hecke einen vogel müsste er ungefähr da irgendwo sein das ist weiß der ist abgehauen ja wahrscheinlich hier hinten irgendwo sehe aber nix jetzt sehe ich ihn übrigens vielleicht hier drin ne hm hab ihn wieder kurz gesehen hab ihn wieder kurz gesehen echt? kannst du pingen? ne weil da ist der dick dazwischen ist der die brücke ja gut aber wir haben ja ungefähr die gleiche reichweite ne sicht und vogel hä? wie meinst du? ist 50 meter ich schätze mal der ist hier dran ist noch weiß ich sehe es nicht aber ab hier sehe ich es das heißt hier kann da nichts sein wie schätze ist das denn? ich guck da mal rein ach ich hab den sie man das ist ja gut ich sehe ihn nicht mehr ich guck da mal rein ne ist nicht drin ne ist nicht drin war aber mal jemand drin meinst du rotiert außen rum? das weiß ich nicht ist noch weiß oh ich hab den vogel fallen lassen das ist nicht der hm machen wir den jetzt noch nicht ich wollte schattensicht machen die ist hier drin oder? hier ja oder? ja das Ding geht nicht ich hab keine Sekunden mehr ja ja das machen wir wieder als folgreich ja ich hab doch kurz ne lustigen ähm lustige idee gehört und zwar neue Tripmines aber mit Chokebombs auch irgendwie witzig ja aber sind die effektiv? nein die können gar nichts eigentlich das stimmt stehe ich auch nicht so alter wir sind allen begegnet auch zu den Solos stunde arschgeil wow jetzt war ja MMR hehehe ja 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 wenn man es grad neu hat ach das waren wir jetzt die letzten schön jetzt bist du wieder MMR rein weil der eine Stand herlaufen oder? hm ach krass wir haben ja nun doch einige gekillt aber es war eher eine niedrige MMR Lobby was aber doch ein bisschen entspannteres spielen zufolge hat was ich sowieso gerne mach weil äh auf Tryhard mach keinen Spaß drum lass mich auch gerne einfach mal wenn ich weiß okay kaum noch Chance dann ist es mir egal ein Sturm einfach und wenn ich draufgehe ist gut weil auf schwitzige Runden hab ich meistens keine Lust ferner waren die letzten Spieler alle schon entweder angeschlagen oder hatten keine Heilpakete mehr da sie alle mit einem Schuss tot waren was natürlich auch dazu beiträgt dass etwas entspannter ist da man im Endeffekt nur einmal treffen muss und sich dann nicht unbedingt neu positionieren muss bis da der andere dann eh schon tot ist ja mehr gibt es dazu eh nicht zu sagen außer wir sehen uns das nächste mal wieder bis zum nächsten mal adios packern das peanut pacern bay ab czy packern team